Die Kamera ist aufgebaut, der Countdown läuft, Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner wählen ihren Kongress neu und das bedeutet auch eine Art Zwischenabstimmung über den Mann im Weißen Haus, US-Präsident Joe Biden. Wie das Ganze ausgeht, was das Ganze bedeutet, das gibt es den ganzen Abend und die ganze Nacht zu sehen bei Föhnens.